Die hierzu erwerbende gut gepflegte Zwei-Zimmer-Erdgeschoss-Wohnung befindet sich im Kreis Darmstadt-Dieburg. Die Wohnung wurde 1975 erbaut und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer sowie ein Badezimmer. Bei einer Wohnfläche von ca. 61 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Erdgeschoss-Wohnung auf 79.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017